Und willkommen zurück zu Assassin's Creed. Ja, für mich geht auch eine kleine Assassin's Creed Aufnahme Pause vorbei. Das war eine etwas größere, muss ich sagen. Ich hatte damals recht viele Episoden aufgenommen. Ich hatte jetzt durch andere Projekte etwas weniger Zeit gehabt oder mir weniger Zeit genommen. Ja, unsere Hauptmission führt uns nach hier. Und die Überlegung, die ich jetzt habe, ist wirklich hier mit dem Schiff eben rüberzufahren, irgendwie vielleicht nach da und dann eben rüber zu laufen. Ich finde, das ist ein super Plan, dem ich auch gleich so nachgehen will. Ich muss nur mal in Kurzmarkierung setzen. Ich hoffe, ich habe nicht alles vergessen. Aber naja, alles durfte ich nicht vergessen haben. Oh, da ist noch. Treib gut. So. Und das sind eigentlich nur ein paar hundert Meter und da kann man, wenn ich das spiele, ich habe es schon ein paar Mal gespielt, von daher kann ich es, denke ich, mal noch ganz gut beurteilen. Da müsste man eigentlich so durchlaufen können. Dann können wir jetzt nämlich hier anlegen. Das ist nicht ganz da, wo ich hinwollte. Ich zoome mal eben raus. Genau, da oben wollte ich hin, aber das ist eigentlich fast egal. Was haben wir hier? Eine Jagdherausforderung, die interessiert uns jetzt nicht so wahnsinnig. Ein Aussichtspunkt, den wir auch schon entdeckt hatten. Ja, also unser Ziel ist jetzt eigentlich da hinten und ich denke, ich werde jetzt hier wirklich den Weg stumpf... den, sozusagen, den einfachen Weg nehmen. Ist ja die Frage, wie einfach dieser Weg dann wirklich ist. Einfach mitten durch die Wildnis. Ich habe natürlich hier... Die Tiere hier sind ja echt alle sehr gutmütig. Muss man eben kurz gucken. Wie ich gesagt hatte, ist es schon etwas her, das ich gespielt habe. Mussten wir eben nochmal kurz wieder ein paar Tasten ausprobieren, weil natürlich, ich spiele weiterhin am PC mit dem Xbox-Controller. Und, ja, die spielen sich natürlich alle immer leicht unterschiedlich, die Spiele. Vor allem Assassin's Creed hat eine vom Prinzip her leicht andere Steuerung als zum Beispiel ein GTA. Was ja nicht schlimm ist. Okay, hier komme ich wohl nicht lang. Schade. Lass mich mal gucken. Wo bin ich gerade? Äh, okay, dann sollte ich hier doch aber vielleicht außenrum kommen. So rum. Oder alternativ, denke ich mal, auf jeden Fall so rum. Hm. Auch hier sieht das nach einer hohen Steinmauer aus. Steinmauer, Steinmeier, ja. Gut, dann einmal andersrum. Ja, in den nächsten Episoden werde ich mal versuchen, euch mal wirklich mehr wie der Story zu zeigen. Weil, ähm, ja, einfach mal um in der Story jetzt ein gutes Stück voranzukommen. Ich habe in den letzten Episoden teilweise wirklich recht viel neben der Story gemacht. Hier können wir hochklettern. Das machen wir auch. Elegant, wie immer. Elegant, wie immer. Ähm. Irgendwo muss man hier nochmal nach oben kommen. Ah, ja. Hier ist der Grenzkonflikt. Irgendwie. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe das ja alles schon mal gespielt. Ich bin stark verwundet. Ich sehe gerade noch nicht von wo. Wo sind denn da? So. Das sollte reichen. Und wir haben unseren britischen Freunden geholfen. So, und dann machen wir uns doch jetzt wieder auf den Weg. Ich will doch mal eben kurz eine Sache nachgucken. So, eben einmal die Waffe nachladen. Wert und durch. Ja, spannend, dass die da... Haben wir halt richtig schönen Akzent da im Hintergrund sprechen. Finde ich gut. So, und dann ist unser nächstes Ziel natürlich da hinten. Wie wir sehen, es sind noch einige hundert Meter, die wir da zurücklegen müssen. Ich versuche jetzt mal an diesem Lager gekonnt vorbeizukommen. Ah, das hat wahrscheinlich sogar auch fast geklappt. Einfach nur schnell genug weiterlaufen. Weil, wie ich gesagt habe, ich will jetzt versuchen, in den nächsten Episoden mich ein bisschen mehr um die Story zu kümmern. Ja, weil irgendwann müssen wir das Spiel dann ja auch mal beenden. Und ich habe jetzt erst ein Drittel der Story sozusagen geschafft. Ja, und da, denke ich mal, will ich euch einfach ein bisschen mehr zeigen. Gut, hier ist gleich irgendwo ein Attentäter. Da oben war das scheinbar eine Etage über uns. Na, oh. So war das nicht geplant. So, dann laufen wir hier doch. Einmal rauf. Ja, hier hätten wir einen Assassinenauftrag. Aber der interessiert uns jetzt momentan wirklich nicht so. Hier können wir einmal graben. Ja, wieder ein Stück vom Wikinger-Schwert gefunden. Und es sind nur noch 170 Meter. Wahrscheinlich kommt da gleich die unüberwindbare Wand oder so. Dann werde ich mich ärgern, weil ich komplett zurück muss und doch mit dem Schiff außenrum. Oh. Nutzen wir doch einfach die Höhle? Ja, ich frage mich ja, wer das denn in Höhlen immer diese Schatzkisten da? Ich meine, bin ich ja eigentlich recht froh drum. Hier haben wir noch eine... Ein Relikt. Also die Höhlenmalerei. Und wieder was entdeckt. Ja, also ich kann euch jetzt schon sagen, ich bin ja... Ich bin ja jemand, der eigentlich recht versucht, Spiele mal recht vollständig zu spielen. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, das Assassin's Creed werde ich sicherlich nicht an 100% Spiel rausmachen. Nicht, weil es mir nicht gefällt, ne? Los, kletter hoch, du faule Sau. Nicht, weil es mir nicht gefällt. Ne, das tut es. Aber, ähm... Ja, irgendwie... Ja, diese ganzen Nebensachen sind halt wirklich sehr, sehr viele mittlerweile bei den Assassin's Creed... Assassin's Creed Spielen, ja. Assassin's Creed Spielen. Und, ähm... Irgendwann will man sich dann ja auch wieder einem anderen Spiel widmen. So, da sind wir doch schon fast da. Juhu, Freunde. Freunde. Rüstung und Schwert. Ich will mal eben kurz gucken. Ich hab da hinten noch gerade... Hab ich richtig gesehen, ne? Da, Wohlstand. Können wir ihn mal eben holen. Ne, ich will keinen Todesprang. Schon richtig. So, und dann starten wir jetzt auf die Mission. Nun, Colonel. Mein Leben ist für euch ein offenes Buch. Männer meines Regiments fanden euch bewusstlos, halb ertrunken. Ich wusste nicht, wer ihr seid. Aber was ihr seid, war offensichtlich. Ich gab euch den Finnegans zur Pflege. Ihr ältester Sohn war im Orden. Master Johnson war außer sich. Es war riskant. Aber ich ahnte, dass ihr eure Brüder verlassen hattet. Colonel. Das Manuskript. Warum gab dir's zurück? Nun, Master Cormac. Weil ich euch vertraue. Nirgendwo ist es sicherer. Mit Respekt, Sir. Ich bin jetzt eher ein Ziel als ihr. Gentlemen, Kisigowasi sammelt sich zum Sturm auf Albany. Seine Verbündeten bedrohen ein friedliches Oneida-Dorf. Und Franzosen stehen bereits auf unserem Land. Ich könnte die Franzosen aufhalten und den Oneida helfen. Wir machen Albany verteidigungsbereit. Wenn wir Kisigowasi besiegen wollen, muss ich den Oneida helfen. Und mich um die Franzosen kümmern. Ähm, ja. Ja. Ach. Na, komm schon. So. So. Da müssen wir da drüben in 400 Metern das Dorf erreichen. Ach. Eigentlich wärmen wir uns ja nicht so. Zack, schwimmen wir mal hier rüber. Ja, das ist echt irritierend, weil wir in der letzten Zeit recht viel, und das gebe ich dir auch zu, ich habe recht viel GTA gespielt, auch teilweise mit den Jungs neben den Aufnahmen immer mal so ein bisschen gedaddelt. Ähm, und dann ist jetzt so die Störung, ähm, vom Assassin's Creed auf einmal wieder ein bisschen ungewohnt. Aber ich komm da auch, ich bin ja schon wieder halb drin, ja, und auch 340 Meter. Tududu, wir sind ja ein guter Schwimmer. Ich erwarte eigentlich jetzt, dass unten irgendwie links der Ausdauerbalken hochgeht, ja. Aber das ist auch wieder ein anderes Spiel, von daher, ähm, schwimmen wir einfach mal eben rüber. Ja, wie üblich müssen wir hier unseren Freundinnen helfen. Machen wir natürlich gerne. Ich bin momentan überlegen, ich werde vermutlich in der nahen Zukunft auch mal ein paar Sachen einfach mal so außerhalb von Aufnahmen entdecken. Ähm, weil wie gesagt, ich möchte euch jetzt hier nicht sozusagen, ich suche jetzt alle, ähm, Spickinger-Sperrteile, oder sowas und lasse euch da wohl zugucken. Ähm, Folgen nur präsentieren. Das habe ich in der Vergangenheit teilweise, aber ich denke, da werde ich jetzt in Zukunft manchmal auch einfach jetzt sagen, gut, ähm, ich dattel einfach eine Runde, mach halt nix in der Story, sondern schau halt, dass ich nebenbei ein bisschen was mache. Erwähne es dann natürlich für euch, damit ihr wisst, was ihr verpasst habt dadurch. Aber, ähm, wie gesagt, einfach dann nur kurz erwähnen, um, um Klarheit zu haben, ja, damit ihr wisst, was ich da in der Zwischenzeit einfach mal so gemacht habe. So, da sind wir jetzt hier schon fast beim Dorf. Da oben sehe ich auch schon ein Falkennest. Ne? Ich sage jetzt nicht, wir könnten... Ja, genau, das ist, das ist zu steil. Ich glaube es auch. Also manchmal, manchmal habe ich das Spiel so ein bisschen gefressen. Ja, das eingeborene Dorf, da sind sicherlich gleich, wie man da am orangenen Radius auch schon sieht, sicherlich gleich Franzosen, die uns dran hindern wollen. Oh. Ja. Ja. Zwölf Dorfbewohner sollen wir retten. Ah, I see, I see. Okay. Okay. No. Ihr könnt ja auch eigentlich mal fliehen. Achso. Tja, irgendwo hier ist dann auch gleich. Machen wir doch ein Attentat. Wahrscheinlich jetzt nicht so clever. Ah, da ist auch unser Attentäter. Ja, jetzt habe ich Zeit für dich. Und du bist tot. Gut, bisher haben wir noch keine Verluste. Das ist auch gut. Okay, da sind welche. Hier scheint auch welche zu sein. Echt? Ja. So, jetzt ist die Frage. Also hier verstecken. Holen wir uns mal eben eine Karte. Da oben gibt es sonst noch zwei. Ähm, das sieht doch eigentlich mal gar nicht mal so schlecht aus, dass wir vielleicht nach da oben gehen. Jetzt ist nur die Frage, wie kommen wir jetzt wieder hoch? Da hinten könnten wir auch kommen. Ja, ja, get back here you filthy chpot. Äh, hat aber schon wieder vergessen, dass ich da war. Äh, wo ist er denn hin? Äh, ich weiß es auch nicht. Da stand doch doch gerade noch. Nee, da stand gerade eben keiner. Genau. Ihr seid manchmal echt ein bisschen Pille-Palle. Ja, wo ist hier aber noch der Attentäter, ne? Das darf ich jetzt nicht vergessen. Ach, der ist da oben. Stopp. Na. 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 Da ist jetzt einer mal gestorben. So, dann muss ich jetzt mal eben kurz gucken, wo sind denn hier die Nächsten. Zum Beispiel da unten und da unten. Und die das waren ... Wie komm ich denn da hin? Ach so. ich glaube da gehen ja nach vorne das war jetzt ganz bewusst so ich weiß ich hätte sicherlich ein von den beiden so erledigen können aber ich wollte ja mal eben mich jetzt hier erneut zuerst um die bürger kümmern und wir haben die dorfbewohner befreit ich bin ein freund ein freund für wach euch gilt der dank meines volkes bitte bitte solange ihr auf erden wandelt habt ihr einen platz hier bei uns ich bin es die zu dank verpflichtet ist junger man wärt ihr passt schon ich mich zu begleiten neues ziel unat erfolgen in meinem volk ist eine legende sie erzählt wie das land unter unseren füßen geboren wurde und wie gut und böse in die welt kamen die himmelsfrau verstreute ihre weisheit über das land folgt ihr ihren weg lernt ihr die wahre geschichte unseres volkes und lüftet vielleicht sogar das geheimnis in dieser höhle falls ihr der held seid für den ich euch halte ihr ehrt mich ehrwürdige ihr seid es der uns ehrt shay patrick kormack lebt wohl okay ah ja dafür müssten wir die sieben eingeborenen totems finden davon hatten wir schon zwei ähm das klingt doch mal danach als wäre das jetzt vielleicht mal wirklich eine extra aufgabe die wir auch mal angehen würden ups nein nein ja so dann müssen wir jetzt die britische armee finden ich vermute auch das ist nicht ganz so leicht wie man sich das vorstellt mal kurz gucken gab es ja noch was was ich unbedingt brauche hase achso das aber eh schon die andere seite ja ich glaube dieses vor oder das vor soli das wird auch demnächst glaube ich dran glauben müssen aber alles sachen die erst in der zukunft stattfinden werden weil ups tschuldigung jungs mädels ähm alles sachen die erst in der zukunft stattfinden werden weil wir jetzt uns doch dem ende der episode schon nähern in der nächsten geht es dann rüber ans festland oh da scheint schon fetter kampf los zu sein äh ich okay hier will ich nicht runter hüpfen in der nächsten geht es dann rüber aufs festland wo ich dann hoffentlich die britische armee finde wie gesagt was wir von hier aus sehen das äh verspricht action würde ich sagen todesprung juhu ja aber das alles erst in der nächsten episode ich bedanke mich für eure interessanten sachen bis dahin ich bin ich bin hier ich bin